Hallo und willkommen. Für alle, die sich gerne mediterran ernähren wollen oder sollen, mache ich heute einen Auberginensalat. Keine Angst, es wird keine langweilige Angelegenheit. Der Salat ist eine kleine Geschmacksexplosion und damit alles ein wenig neutralisiert wird, gibt es noch eine Joghurtsauce dazu. Eine kleine Aubergine wird zunächst längs halbiert, die Hälfte noch einmal der Länge nach, wie gezeigt, geteilt, längs in Streifen und dann in Würfel geschnitten. Die Würfel werden sofort in etwas Rapsöl angebraten. Ich lasse die Pfanne heiß werden, gebe das Öl hinein sowie die Auberginen. Es wird gesalzen und gepfeffert und alles ein klein wenig durchgerührt. Ich gebe zwei ordentliche Messerspitzen Kurkuma dazu, gieße etwas Wasser auf die Auberginen und bedecke sie sofort mit einem Deckel, damit sie mit Hilfe des aufsteigenden Wasserdampfes garen können. Drei Knoblauchzehen müssen jetzt zerkleinert werden. Mit einem beherzten Schlag auf die flache Seite der Messerklinge zerdrücke ich eine Knoblauchzehe, entferne Haut- sowie Wurzelstrunk und hacke sie anschließend klein. Die Auberginen werden noch einmal durchgerührt, dann wird der Knoblauch hinzugefügt und untergerührt. Danach gebe ich noch zwei Teelöffel Sriracha-Soße dazu, die ebenfalls untergerührt wird. Anschließend wird alles noch für eine weitere Minute gegart. Durch das nur kurze Erwärmen des Knoblauchs behält dieser seine Schärfe und seinen Geschmack. Zum Abschluss gebe ich die Auberginen in eine Schüssel, damit sie auskühlen können. Eine mittelgroße Tomate wird nun in nicht zu kleine Würfel geschnitten und in eine Schüssel gegeben. Ebenso einige in Öl eingelegte, getrocknete Tomaten. Diese geben dem Salat nicht nur eine Herzhaftigkeit, sondern zusätzlich durch ihre angenehme Festigkeit etwas Biss. So dann füge ich zu den Tomaten zwei Teelöffel gehackte Petersilie, sowie zwei Teelöffel feingeschnittenen Dill. Und weil es gerade die Jahreszeit dafür ist, auch noch etwas feingeschnittenes Grün einer Frühlingszwiebel. Bevor ich alles unterrühre, gebe ich auch noch eine ordentliche Prise Meersalz zum Salat. Mittlerweile sind die angebratenen Auberginenwürfel so weit abgekühlt, dass auch sie nun zu den Tomaten gegeben und untergerührt werden können. Mit einem Teigschaber geht das Umrühren besser, da dieser das Gemüse nicht so zerdrückt und außerdem ist er angenehmer für die Ohren. Der Salat sollte nun idealerweise noch ein oder zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen, wenigstens aber die Zeit, die ich benötige, um eine Joghurt- bzw. Skürr-Soße herzustellen. Diese stellt einen angenehmen Kontrast zu der Würze der Auberginenmischung dar und vermag die Schärfe des Chilis abzumildern. Skürr wird in eine Schüssel gegeben und lediglich mit etwas mehr Salz gesalzen. Es werden noch zwei Teelöffel kleingeschnittener Schnittlauch hinzugefügt und untergerührt. Mehr nicht. Kein Pfeffer, kein Paprika, hier ist weniger mehr. Für das Anrichten habe ich drei Vorschläge, wie man den Salat reichen kann. Ich habe eine Scheibe Landbrot in Olivenöl angebraten und gebe etwas von dem Salat darauf. Dazu reiche ich getrennt den vorbereiteten Skürr. Man kann das Brot auch einfach tosten und dann Olivenöl darüber gießen. Das Brot ist schön knusprig und der Salat schön scharf. Diese Art, den Salat zu servieren, mochte ich am liebsten. Des Weiteren kann man den Salat auch einfach in ein kleines Schüsselchen geben mit einem Klecksgürr obendrauf und das Brot, getoastet oder nicht, getrennt dazu reichen. Und wer überhaupt keine Kohlenhydrate zu sich nehmen möchte, der genießt den Salat mit zum Beispiel etwas kaltem Huhn. Auch das ist eine geschmacklich runde Sache. Nun müsst ihr euch nur noch für eine Variante entscheiden. Ihr könnt mir ja eine Nachricht schicken und mitteilen, welche euch am besten geschmeckt hat. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit.